Sich Leute drunter geschrieben Want Sex, du dich Want Sex Du dich Want Sex Zwei Litern Jetzt kommt das krankste Video Der krankste Untertiteltext, den ich jemals gelesen hab Boston verpasste das Ziel Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem neuen Video Es kamen ja seit einer Woche keine Videos mehr Und das Ganze hatte ein paar Gründe Denn ich war am Wochenende in Stuttgart Da ich dort den ganzen Samstag sozusagen in Stuttgart war Musste ich dafür eigentlich für das ganze Wochenende Videos vorproduzieren Das Ganze hab ich natürlich nicht gemacht Deswegen kamen am Wochenende keine Videos Und am Dienstag kam kein Video Weil ich einfach danach irgendwie überhaupt keine Motivation mehr hatte Videos zu produzieren Frag mich nicht warum Dann kam da noch ein bisschen was an Schule dazu Wo wir schon mal dabei waren In Stuttgart hab ich auch einige coole Leute getroffen Wie zum Beispiel die liebe Mia Die vielleicht manche von euch von AskFM kennen Oder auch den guten Porter Oder auch den lieben Bluren Hallo? Hallo? Bluren? Seit wann bist du denn da? Äh Wir wollten doch was aufnehmen Lass mal Lost in Translation machen oder? Äh Ja Okay Und damit willkommen zu einer kleinen Runde Lost in Translation Heute mal mit dem lieben Bluren Peace Leute! Oh mein Gott Jetzt geht er richtig ab Wir fangen auch direkt an Wer jetzt mit dem Prinzip noch nicht ganz vertraut ist Der kann gerne mal bei der ersten Folge vorbeischauen Da haben wir das alles erklärt Die ist nochmal hier verlinkt Und ich würde mal sagen Damit kann es auch direkt schon anfangen Und äh Weil du der Gast bist Kannst du natürlich auch Anfangen Äh Und mir deinen Text vorlesen Schon immer Wurden sich mal ein anderes Game of von Kanal gewünscht Dass wir im Namen wie Ground to Strike Die Tirara Oder sogar Battlefield Aber gehen ein Titel Kommt keines dieser Spiele an Zwar gab prompt Blieb O-A-G Ohne Scham Ich dann Hier kommt Zum besten Spieler der Welt Oh Das ist aber jetzt relativ einfach Muss ich jetzt ehrlich sagen Also Ähm Das ist ganz klar Das Video Kreise Punkt Äh Also das wo ich Agar.io gespielt hab Richtig Ja das Das war jetzt wirklich Relativ einfach Also das Niveau liegt noch Zulich niedrig Also 1 zu 0 für mich Ich würde mal sagen Bluren du hast auch gleich Die Chance Äh Weiter aufzuholen So Wir wir Die 25 live Hab mich so richtig Auf ihn gefreut Weil das Predigt Die hier richtig krass Ist das wieder so richtig Drauf gehauen Hatte er alkoholische Seid sie doch so richtig Ausgelassen Da ist der Verzicht Vieler treuer Zündete Und ich habe Hinten Hinten Wort Hat noch einmal Sein Chef Walter Die sollte Die sollte Mein Ernst Würde Ich Eine solche Hatte Vancouver Mehr als nur Eine Runde Der Entwurf Sieht Demnach Seien die mir gut Gehen Die Nachbarn Vom 5 Das nicht das Problem Haben Haben ihn der Landwirt Alter Schwede Ich würde jetzt einfach mal Sagen Da es beim Anfang Irgendwas mit 25 lives Oder likes Gesagt wurde Würde ich einfach mal Sagen Das war das Lied Lied Ich sag schon Das Lied Das war das Video So spielt man das Bad Wars Korrekt Das ist richtig Das steht 1 zu 1 Weitere Zusammenstellungen Haben insgesamt bei letzteren Sie beschreiten Sie beschreiben Was das für uns besonders Über Konterknapp Ein Fünftel seiner Worten 8 2% Da I 8 Das war es War es das schon Ach ja ne Warte Schule soll nicht um die Wirkung Zu einer kleinen Runde Der große Kunst Oh Gott Auf jeden Fall irgendwas Wo ich gesagt habe Zu einer kleinen Runde Irgendwas Oh Gott Das ist sehr schwierig Ich habe Oh Gott Also Also Wo könnte ich Zu einer kleinen Runde Gesagt haben Skylife Könnte auf jeden Fall sein Und Bad Wars Könnte sein Also Es können im Prinzip Nur 3 Videos Eigentlich sein Oh Gott Ich sag jetzt mal Bad Wars Floh hinter geht Zuschauer Das war genau Richtig Oh mein Gott Einfach richtig erraten Alter Ich hatte eine Chance Von 1 Drittel Ich habe es einfach geschafft Jetzt an dieser Stelle Will ich bitte bitten Alle Leute Die unter 10 Jahre alt sind Abzuschalten Weil jetzt das nächste Wird wirklich ein bisschen Ja also Es hat Inhalte Die vielleicht Jüngere Zuschauer Nicht unbedingt Mitkriegen sollen Das ist wieder typisch Bluren Der Bluren hat auf seinem Kanal Nur pornografische Inhalte Ja natürlich Also Der Gast Die Ohren Wann zwingst du mich Whatever Kiana Sich Leute drunter geschrieben Want Sex Du dich Want Sex Du dich Wand Sex Zwei Litern Setz Weil die Leute Seid ihr nicht verloren Die diese Leute Mein Name Ist wirklich Ein solcher Absicht Willkommen Ihr zu einer neuen Folge Von Folge Und stieß das Und herrschte Chaos Loan und ihre Jacke In welchen Fragen Von irgendwelchen Zuschauern Auf Twitter Beantworten Und Jahre Und Prozent Hindurch Den Gitarren Sound Jetzt Habt ihr alles mitbekommen Alter war das Schwierig jetzt Äh echt Ist das schwierig Ich hab jetzt gar nicht erwartet Ähm What the fuck Oh Gott Oh Gott Ey wehe Du hast jetzt das DVD Video genommen Hey weil das Kann ich fast glauben Dass das von dem kommt Aber ne warte Du hast irgendwas Wegen Twitter gesagt Ich Soll ich nochmal Die Stelle vorlesen Ja In welchen Fragen Von irgendwelchen Zuschauern Auf Twitter Beantworten Und Jahre Und Prozent Lass Äh Ich tendiere jetzt einfach mal Zu Weltreise Fragezeiten Ich zeige mich Das ist äh Torekt Das ist richtig Das ist richtig Alter Schwede Wie Was zur Hölle Jetzt kann ich die Folge nennen Bluren will Sex Wir wollen doch hier ganz seriös bleiben In diesem Format Wir stellen Michael N Und 8 H Gott Eine gewagte Stunts Sollten Ich bin euch Neu installiert worden Diese Seite 0902 Uhr Sichert sich Herzlich willkommen Jetzt an eine Folgeband Der Ein Jahr Älteren Sache Mit dem Ball Höcheln mit Was ist das Was ist das Junge Keine Ahnung Mir ist nichts bekannt vorgekommen Folge Daher würde ich überschätzen Das ist Skylife Wieder mal Aber hey Alter Keine Ahnung Ich sag jetzt einfach mal Skylife mein eigenes Haus Äh Also meine eigene Hütte Skylife Folge 11 Keine Ahnung Ist einfach blind geraten Äh Das ist leider falsch Okay Was wär's gewesen Das war die Folge Davor Das Obenhaus Boah Junge Also jetzt folgendes Leute Das Beste hab ich mir zum Schluss Aufgehoben Denn Jetzt kommt das krankste Video Der krankste Untertitel Text Den ich jemals gelesen hab Und ich wollte nur sagen Das ist wirklich So wie Was ich jetzt hier vorlese Stand wirklich so In den Untertiteln So Oh Gott Nein 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 Du darfst nicht Du nicht Waren 90.990 Noch gute Zwei Torben Prozent 23 Menschen Das sollte jetzt Beobachtete Nisten Schöne Krippen Der Beweggrund Eine neue Idee Ariel Eurogesprochene Mittelfeldrücken Berlin Alle Bilder Geräusche Richtig Ich koche Brokkoli Wo Google Plus Urvana getötet wurde Vor fünf Nacht Beziehungsweise fünf Die Fische Müssen ins Licht Der Öffentlichkeit Die ruhigen Typen Und Alkoholproblem Auch Bundesbildungsministerin Missbildungen Spiele der drei Das war jetzt nahe Bis zwei Prozent Es würde ich Als Alternative Zurecht Aber gewonnen Die Vorschläge Darf ich jetzt schon Laut DAPD 5 4 Laut Boston Verpasste das Ziel Während Was brutal wäre In Happy Wheels Da bin ich Ziemlich Ausgerastet Glaube ich Ich glaube Da bin ich Da war Da war ich Bisschen Am Arsch Deshalb könnte ich mir Das zutrauen Dass es von dem Kommt Oder Depp vom Dienst Alter Schwede Scheiße Eins von den zwei Es ist Wetten Es ist eins von den zwei Ich sage jetzt einfach Äh Drei Zwei Eins Depp vom Dienst Alter richtig Oh mein Gott Oh nein Jetzt habe ich verkackt Alter Nein Das ist einfach Ey ohne Scheiß Ich habe halt voll geraten Jetzt Ne aber Also es ist Es ist wirklich Es waren da Sachen drin Alter Die Fische müssen Ans Licht der Öffentlichkeit Woha Ja Leute Ich würde mal sagen Das war doch schon Mit dieser Folge Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich euch Natürlich empfehlen Auch selbst euch Wie immer Die Videos mit Untertiteln Anzuschauen Alter Das ist wirklich Also Man sitzt da davor Und lacht sich Weiß Sag mal nur halt ab Weil da so eine Scheiße Rauskommt Ähm Ja Ich würde wirklich mal sagen Schaut euch auch mal Bei Bluren vorbei Dort gibt es auch irgendwas Da haben wir auch Vor kurzem mal was aufgenommen Und ansonsten Sehen wir uns dann Im nächsten Video wieder Bis dann Bleibt schleimig und so Und tschüss Tschüss